Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch Stress und den Umzug in eine neue Stadt. Keine Nerven und Geld für teure Mieten und Betriebskosten? GoTV stellt dir ein brandneues und echt cooles Studentenheim von Home4Students vor. Hallo, ich bin Sabine Strasser, ich bin Geschäftsführerin von Home4Students und ihr seht GoTV, be part of it. Home4Students bietet zurzeit geförderte und gut gelegenen Studentenwohnungen in Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Wobei das aktuelle Highlight sicher das neue Haus in der Wiener Ullmannstraße ist. Das ist wirklich brandneu, wobei das Haus an sich ein ganz altes Haus ist. Es war früher das Finanzamt, das ist so ein klassischer Jugendstil Wiener Altbau. Und wir haben versucht, möglichst viel von diesem Flair einfach beizubehalten und haben da jetzt aber statt den früheren Finanzamtsbüros 388 Heimplätze untergebracht. Das wirklich coole am Home4Students Konzept, es gibt für jeden maßgeschneiderte Wohneinheiten. Und das gilt auch ganz besonders für das neue Studentenheim Ullmannstraße. Das ist also ein bisschen das Besondere von dem Haus, weil eigentlich kein Zimmer so ist wie das andere. Der Großteil sind Einzelzimmer, es sind ganz wenige Doppelzimmer. Bei den Einzelzimmern gibt es unterschiedliche Kategorien. Also so das wirkliche klassische Einzel-Einzelzimmer oder dass man Duplex- oder Triplex-Einheiten hat. Das heißt, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Und dann teilt man sich den Vorraum mit Küche und Bad-WC. Und da der Trend klar in Richtung Einzelzimmer geht, legt Home4Students besonderen Wert auf viele Gemeinschaftsräume. Denn zwischen Uni, Alltag und Lernen soll man ja auch mal gemeinsam richtig abfeiern können. Wir haben das wirklich von ganz oben bis ganz unten durchgezogen. So gibt es zum Beispiel im Dachgeschoss oben, also wirklich mit Dachluke und Giebel, sehr cool, eine riesengroße Gemeinschaftsküche. Im Keller, wo wir jetzt sitzen, hinter mir der riesengroße Partyraum, wo wir schon davon ausgehen, dass der sehr, sehr viel genutzt werden wird. Wir haben einen Musikraum, der sehr gut schallgedämpft ist, dass man da wirklich auch proben kann. Was auch ganz wichtig ist, ist unser Fitnessraum, der da jetzt nicht nur ein kleines Kammerl ist, sondern wirklich ein 150 Quadratmeter-Bereich. Es bietet sehr, sehr viel. Man hat viele Möglichkeiten, einfach was miteinander zu machen. Und das Haus zu genießen. Na, klingt, als wäre das was für dich? Dann geh am besten gleich auf die Website homeforstudents.at und informier dich über freie Plätze. Home for Students. Studieren all inclusive. GoTV. Be part of it. 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 Vielen Dank.